Auf die Plätze! Fertig! Los! Da kommt das Fehlerpony in die Bahn. Da haben die Kinder eigentlich den größten Spaß, weil da merken alle Kinder schon, dass irgendwas nicht stimmt und nicht richtig ist. Und dann dürfen sie einfach anfangen umzubauen. Und hier kann man jetzt halt auch schon besprechen, wie muss es angelegt werden. Nicht nur die Theorie, welche Teile sind es, sondern einfach, wie werden sie richtig verschnallt. Wie müssen Gamaschen an die Pferdebeine gebracht werden, dass die Kinder damit konfrontiert werden und das direkt auch ausprobieren können. Dann ist es wieder wichtig, hierbei bei der Station die Kinder das tun zu lassen. Und dann können sie einfach mal so eine Box einstreuen, auch dadurch ein Gefühl für die Menge zu bekommen. Jetzt sind sie beim Thema Heuwiegen, dass die Kinder auch ein Gefühl für kriegen, wie groß ist so ein Haufen, wie viel Heu braucht eigentlich ein Pferd. Ich habe ihn in der Zeit, wie groß ist. Wie groß ist die Haufen, wie groß ist es? Jak Vielen Dank.